einen wundervollen guten morgen wünsche ich euch allen ja ich habe es geschafft ich bin schon geschminkt muss noch gleich haare füllen und dann werden wir ab in die stadt gehen gemeinsam denn ich werde mir noch ein zwei drei kleine kleidungsstücke kaufen denn ich war ohne witz ewigkeiten nicht shoppen also normale klamotten das letzte mal weil sie shoppen war das war ja mit meiner besten freundin das war ja auch hier auf youtube das war das ballkleid und vorher habe ich einfach seit drei monaten glaube ich nichts mehr zum anziehen gekauft aus diesem grunde werden wir gleich mal losfahren mich schuld einkleiden denn ich gehe heute abend mit freunden essen denn das ist ein geburtstag und da will man ja nicht rumlaufen wie der letzte penner und ja der kleiderschrank ist voll aber wir frauen finden trotzdem nicht zum anziehen und müssen ab und zu halt mal ein bisschen aufstocken ihr kennt das vielleicht deshalb mache ich mich gleich fertig und dann geht's los der struggle is real nein das ist kein sperma ich habe gerade probiert aus einer milchtüte zu trinken ja in dem sinne der morgen gestartet auf jeden fall schon mal prächtig ich würde sagen es geht los ich sitze in der bismarck ja sie hat mir sehr treue dienste geleistet ich muss mal gucken ob ich das hier überhaupt hinkriege ich muss mal gucken ob ich das hier überhaupt nicht so meine stärke ich liebe meine auffahrt auf geht's take me do just what you want you're the one i trust i belong i belong to you and i always be around when i need some loving baby and i never let you down let you down let you down i'm your song and you're playing all my melodies there's no one else cause baby we got chemistry so ich würde sagen das ist der fertige look da kommt natürlich noch ein bürtel nachher drauf dann ist das hier auch nicht so lang aber mir fehlt mir ich bin wieder so lange wie sagt man jeanshacken genau das ist auch noch schön gefüttert i like it oder was sagt ihr top oder flop schreibt es gerne mal in die kommentare the universe has known it all along maybe this is where our story starts so ich bin durch ich lasse es mir jetzt noch schmecken und dann geht's ab nach hause umziehen und dann fahren wir zu Bootsmann weil die es euch ja alle gewünscht habt so Freunde ich war gerade noch bei Mercedes weil das Coupé auf jeden Fall noch Winterreifen braucht und ich das Auto ja nur mit Sommerreifen gekauft habe das heißt ich brauche Felgen und Winterreifen und Mercedes hat mir ein unschlagbares Angebot von 4.500 Euro gemacht danke Mercedes darauf verzichte ich hier dann werde ich mir wohl irgendwelche Gammelräder holen ach ja und ich habe euch noch ganz vergessen einen magischen Trick zu zeigen aha da bin ich ja ich habe jetzt Stallsachen an ich weiß, der Zaubertrick war schlecht aber man muss ja wenigstens so tun als ab Freitag-Mädels tragen sonst nicht immer diese Socken fragt mich bitte nicht wieso das hat irgendwas mit den Stiefeln zu tun ich weiß es auch nicht ich mache es auch nur weil es Trend ist dann eine Softstellhose weil ansonsten ohne Witz bei 2 Grad erfriere ich im Stall ich habe dann noch eine dicke Vliesjacke an und natürlich eine Weste drüber und ein wunderschönes Stirnband mir ist übrigens gerade aufgefallen dass Bootsmann gar kein Futter mehr hat und ich jetzt noch schnell hier zum Markt fahren muss und da auf jeden Fall noch Müsli kaufen muss also Müsli nicht wie wir Menschen das kennen sondern eigentlich ist das so ein Kraftfutter aber auch Bootsmann braucht nicht so viel Kraftfutter und damit er überhaupt was bekommt ist das eigentlich nur gehäckseltes Heu also wir tun halt so als wenn er was kriegen würde im Endeffekt ist das so als wenn wir Papier essen würden aber es schmeckt ihm halt und er kriegt auch was wenn die anderen was kriegen deshalb hole ich das immer und er freut sich so Müsli im Auto das coole daran ist dass es hier sogar den Service von jungen Männern gibt die immer sehr hilfsbereit sind und mir diesen riesen 25 Kilo Sack immer ins Auto schleppen es kann so schön sein eine Frau zu sein also ich muss die nachher auch immer mit Schubkarre ausladen weil ich kann das einfach nicht tragen und er nimmt das immer so auf die Schulter so ganz entspannt als wenn nichts gewesen wäre so Essen verräumt sehr gegross oh Gott ich führe das ist wirklich nicht mein Tag heute ja die Box müssen wir heute auf jeden Fall auch nochmal machen dann können wir jetzt die Schubkarre erstmal wegbringen mit dem ganzen Kram den wir wieder ins Auto schleppen müssen und dann fangen wir an auf gehts so wer schlau ist spart sich einen Weg und nimmt gleich die Longiersachen mit runter hier oben sind meine Springsachen und so alles drin und Schabracken und das ist mein Eindachschrank ich habe halt noch einen hier ist eigentlich nur alles unnützes Zeug ich sehe es doch schon das ist hier mit der hellen Decke da ganz hinten ja Sokrates kommt natürlich wieder natürlich das ist der Bockesnachtbar von Bootsmann und der kommt eigentlich immer wenn ich rufe nur mein Pferd möchte nicht Sokrates kleiner einäugiger Bandit nee das ist nichts für dich da haben wir das Corpus Delicti hallo hallo Brie ja komm Sokrates du auch ein kleines Stückchen aber nur ein kleines ja komm beiß ab bitte tu mir den gefallen ach ja Sokrates kannst nicht immer nur essen ne da ist der Bootsmann er scheint doch motiviert zu sein heute ja ansonsten viel Würstchen braucht man ja nicht weil der Herr die ganze Zeit die Decke auf hat und da nicht so viel weg dran kommt Hi Moin Moin So jetzt wird's ihm geschafft so der Herr ladet sich erstmal warm sogar freiwillig heute ohne dass ich hier mit Feuer und Schwert treibe so wir gehen jetzt noch ein Stück hier spazieren ich wurde jetzt gerade aus der Halle geschmissen weil jetzt also was heißt geschmissen nichts Schluckes da werden jetzt gleich Pferde reingeholt und ich habe mich zu so einer blöden Zeit eingetragen deshalb gehe ich jetzt raus noch ein Stück spazieren dann mache ich draußen weiter und dann könnt ihr euch das Spektakel mal angucken wie es sich benutzt wie es sich benutzt komm 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 so brav und brrrrrr prima komm weiter und schiere brrrrrr so ein bisschen Sonne und ein Hörer Pferd müsse man sein so wir sind fertig nochmal schieß gesagt Katze Stallkatze so Freunde des guten Geschmacks ich bin umgezogen ich habe noch schnell mich geduscht oh Gott ich bin so müde und ja Licht ist jetzt wieder aus egal trotzdem treffe ich mich mit meinen Freunden denn ein sehr guter Freund von mir hat Geburtstag dann werden wir beim Griechen uns den Bauch voll schlagen und dann muss ich auch dringend aufs Sofa und einfach nichts mehr tun und ich glaube ich muss schlafen ich weiß nicht wovon ich heute so fällig bin aber das Gefühl ich bin völlig am Ende so wir haben jetzt gerade das Essen bekommen ich werde es mir jetzt schmecken lassen mir ist ein bisschen kalt weil ich habe irgendwie das Gefühl ich glaube ich werde wieder krank man weiß es nicht vielleicht muss ich auch einfach nur meine Nacht durchschlafen ein Like da lassen würde mich sehr freuen Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns in alter neue Frusche nächste Woche wieder bis dahin tschüss tschüss